Hallo, ha ha ha, ha ha, nur skavisnakelitegrant om norsk filmdragna i Lübeck. Ich werd mir viele Filme anschauen. Ich geh saugern ins Kino. Etwas ganz besonderes, geheimnisvolles, fast schräges. Tiefgang mit Weitsicht. Ist der Hammer. Wo diese verschiedenen spannenden Menschen sieht, wie sie da ankommen, neugierig und man versteht zwar überhaupt nichts. Die Jogu Ilme, die Jogu Fragme, die... Geil, geile Arne. In ihrer extremen, surreal, skurrilen Lebensweise. Ja, also eine typische Festivalstimmung in der Stadt. Gerade so viele Tage Lübeck. 2013. Ich freu mich drauf. Läuft. Ich freu mich wirklich.